Ey, Adna, komm rein! Wenn ich spiele, dann wirst du sehen, Alter. Sorry, David, Bruder, verzeihst du mir? Ja, 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 ja. Warte, Bruder, nicht starten! Nicht da, warum startest du? Du wirst neben dem Porto wegziehen. Adna ist doch da, ich sag dem grad kurz, du startest? Ja, wir machen doch neue Lobby. Wer ist der Imposter? Wer ist der Imposter? Sag doch grad. Lief einfach. Ganz, ganz kurz. Warte doch, ganz kurz. Bitte ganz kurz. Farid, ne, du Hund. Farid ist das. Verpiss dich. Was ist das? Also, ich beschuldige jetzt von Adnan. Kann man sich nicht halten mit diesem Scheiß. Ey, ist das gut, wenn der Name rot ist? David ist verdächtig, Alter. Sag ich ja, wie es ist. Ey, warum lauft ihr beide an einer Leiche vorbei? Ich hab nur die untere gesehen. Ich hab nur die untere gesehen. Ich hab direkt reportet. War das ein Double-Kell? Das sind zwei erfahrene Spieler. Es sind entweder Farid, Pascal oder Emmo. Einer von den drei. Ganz simpel. Als Mauter. Ey, warum so denn? Ey, das ist Spezialisten-Kill. Das kann nur einer von den drei gewissen sein. Ey, das ist Farid. Ey, steck meine Hand ins Feuer. Das ist Farid, bitte. Farid ist safe. Ja, der war dann safe. Warum, ey? Ich hör, warum fickt ihr mich das? Ey, ich hab irgendwie... Ey, aber guck mal. Ey, aber guck mal. Wo habt ihr die Leiche gefunden? Weiß mal das. Wo war die Leiche? Ich kann's unten. Boah, das war doch noch Zeitfahrt, aber das. Ey, das Ding ist, David und Farid waren gar nicht in der Nähe. Die Tür war zu. Und Farid und... äh, nicht. Emra und Pascal laufen direkt rein. Ja, wie denn, Bruder? Die Tür war zu. Ey, guck mal. Emra, bitte. Du kannst nicht durch Schacht hinten raus. Ey, Emra war's nicht. Emra war's nicht. Ich bin mit dem oben durch Cafeter. Ja, wenn wer sagt, dass ihr es beide... ja. Und Farid war's auch geschämt. Ja, Farid war's auch geschämt. Der wird gescannt. Oh, ich Gott. Der hat mich... Der hat mich... Ich hab mich echt scannen lassen dabei. Ich hab auch gescannt raus. Wer sagt denn, dass du's nicht bist? Und Demir... Ja, Demir weiß ich nicht. Der hat schon gevotet, der ist uns. Ich... Boah, der votet... Demir, wen hast du gevotet? Demir, wen hast du gevotet? Ey, wir müssen... Demir, wen hast du gevotet? Demir, wen hast du gevotet? Demir, wen hast du gevotet? Ich wollte Demir. Ich wurde Pascal, Pascal. Ja, ich wurde auch Pascal. Pascal. Das ist Demir. Pascal. Ja, dann GG. Dann haben die jetzt gewonnen. Demir, safe. Boah, wenn's nicht Pascal war... Ey. Pascal ist es nicht. Nein, nein, nein. Echt nicht? Nein. Scheiße, ich muss das ausschalten, dass man... Entweder haben wir jetzt richtig gejogt. Boah! Drei Sekunden. Boah, ist hart. Sieht doch, wie schön tastisch. Ah, so zähle ich raus. Es kommt nur einer von euch rein. Es kommt nur einer von euch rein. Es kommt nur einer von euch rein. Eka, diese Hunde. Also, Hasan, Adnan, Demir. Wo ist ein Elektrikler in der Räume, Alter? Reaktor Security musste ich nichts machen. Fahrrad. Fahrrad ist so ein Hund, Alter! Ey, Giuseppe ist gerade hoch-links gelaufen. Hä? Also, ich bin grad... Ich bin grad... Ich bin grad... Fahrrad ist so ein Hund, da? In Richtung... Wie heißt das? Oben ist das? Du bist es schon wieder, Alter! Ey, Se... Adnan! Hast du jemanden gesehen? Aka, Aka-Engine. Aka-Engine. Wer ist das denn grad? Der wird grad drehen. Ich bin das, Fahrrad. Fahrrad. Und da hab ich uns das gleiche gefunden. Und... Davide war weiter unten. Weiter unten. Ich weiß nicht. Ich verdächtige Davide. Ne, Davide war es nicht. Oh, oh! Ey, Emro! Ey, Emro! Du weißt genau, dass es Fahrrad war jetzt. Ja, der redet, der redet. Fahrrad kannst du kurz safen. Ich save auf jeden Fall Pascal. Ich kann Emro safen, der hat nämlich den Müll rausgeworfen. Aber ich war doch... Ich war von oft mit Pascal zusammen. Ich bin grad rübergelaufen. Ja, vielleicht seid ihr beide das? Ne, ich hab mich scannen lassen. Wer kann das bezeugen, dass du schon scannen lassen? Ne, ich kann das bezeugen, der... Ah, du, und dann gibt es Gespräch. Der Imposter besteht drüber. Davide. Ja. Ich lass Fahrräd rausschmeißen. Ich hab auch das... Warum? Ey, es ist Fahrräd. Zwar mein Dran, da ist es zu ernst. Ja, 100% was Selbstreport hast du gemacht. Fahrräd, nein. Der ist eher raus. Der ist eher raus. Ah, der hat den getötet und reportet. Der ist der Zweifel. Davide. Fahrräd oder was? Davide. Ja, Adnan, ich denke es ist Fahrräd. Ey, Giuseppe ist grad aus Dings Security raus oben zu Dings. Upper Engine und dann kommt schon Report. Und der fahrt dann doch. Kannst du auch noch gewusst, dass er da ist? Ja, der hat doch safe den grad getötet und reportet. Schade. Digga, ich konnte noch nicht mal... Ich konnte noch nicht mal das Öl da einfach reintun, weil der mich gekillt hat, der Hund. So ein Hund, dieser Fahrräd. So ein Hund. Die Frage ist... Digga, wer ist der letzte? Wer war schwarz? War das Davide? Hahaha. Die haben einfach Davide gekillt. Nein. Ihr Schweine, ihr habt meinen Bruder getötet. Also Pascal kann es nicht gewesen sein. Der kam von links unten nach rechts. Das ist Adnan oder Demir. Ja. Ich habe Adnan und Demir nicht gesehen. Die beiden waren nur auf der rechten Seite. Adnan war auch kurz bei uns. Pascal, glaube ich. Und Demir hat das Ding nicht repariert, dieses Korn. Ja, lass doch mal skippen. Das ist wieder aber diskank. Ja, ist ja nur noch einer. Hallo. War das Pascal? Weggucken. Ich grüße. Guck dir. Demir ist das. Guck mal, der hat mich gewartet. Der ist safe. Hä? Demir, was machst du da? Hä? Hä? Demir, Bruder, was machst du da? Hahaha. Digga, Demir, Bruder, was hast du da gemacht? Sind die jetzt alle hier oder was machen die? Ich helf mir hier ein bisschen mit. Ich lade Dateien ins Internet hoch. Joi. Wenn Pascal das war, dann war das richtig gut gemacht. Aber ich glaube nicht, dass es Pascal war. Das könnte auch Adnan gewesen sein, wenn ich ehrlich bin. Ja, einer von denen halt. Warum nicht hier? Ich glaube, dass Demir nicht diesen Play gemacht hätte, um das Licht auszumachen. Aber er war auch da unten, hat das Licht aber wieder nicht angehört. Ja, wir wollten ihn jetzt so aus. Scheiß drauf. Ich glaub das. Ist das Pascal? Hey, Ferris. Demir? Hä? Oh, er hat mich wieder gewartet. Boah. Ich glaube, Demir rafft das Spiel einfach nicht. Oder? Hey, Digga, warum? Oh mein Gott, Samara. Guck mal, lauf. Scheiß drauf, lauf einfach. Ist das Adnan? Wo ist Pascal denn Adnan vielleicht killen? Ist das Adnan? Ist das Adnan? Stark! Oh mein Gott! Oh mein Gott!